Viele Jugendliche stehen vor der Frage und vor der Überlegung, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Gerade vor kurzem habe ich die Frage gestellt bekommen von einem Follower. David, was findest du besser? Sich bemühen und hart arbeiten und produktiv sein oder von Anfang an chillen. Was ist besser, David? Und ich kann nur sagen, in 100 Jahren wird man zurückblicken auf diese Zeit hier und über uns lachen und Mitleid mit uns haben und sich darüber wundern, wie wir so ein trauriges Leben haben konnten. Genauso wie wir jetzt zurückblicken, was vor 100 Jahren war und wie die Menschen gelebt haben und die Menschen bemitleiden und nicht verstehen können, wie man die Menschen in den Fabriken einsperren konnte, wie man Kinder ausbeuten konnte, Kinderarbeit, wie man Frauen nicht wehen lassen konnte und so weiter. Was ich damit sagen möchte ist, das Beste, was du und jeder andere Jugendliche machen kann, ist, stell dir vor, du hast alles Geld der Welt und du musst gar nicht arbeiten. Weil so kannst du nicht verlieren. Stell dir vor, du hast alles Geld der Welt und du musst nicht arbeiten. Wie stellst du dir dein Leben vor? Was macht dich glücklich? Und versuch genau das, ja, zu deinem Beruf zu machen, sodass es keine Kluft mehr gibt zwischen Arbeiten und Freizeit. Denn in Zukunft, und alle Indizien sprechen dafür, wird es so sein, dass jeder Mensch sich nur noch entfalten wird. Ja, es wird dann nicht mehr unterschieden zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Es wird auch gar nicht mehr nötig sein und jetzt spürt man das schon langsam, wenn ihr genau hinschaut, zu arbeiten, um sein Brot zu verdienen, so wie es damals war. Ich habe das noch erlebt, hautnah, noch mehr meine Eltern. Damals musste man wirklich arbeiten aus Überlebensangst, um zu überleben, um Essen und ein Dach über den Kopf zu haben. Das wird bald überhaupt nicht mehr der Fall sein, ja. Es gibt dann, ähm, es müssen dann andere Gründe daher, warum jemand arbeitet. Und das kann nur sein purer Spaß. Also mach aus deinem Spaß, aus deiner Leidenschaft, deine Arbeit. So bist du immer auf der sicheren Seite. So bist du immer auf der sicheren Seite. Genau.